clockstone und head up, head up ist gut, bridge constructor portal, ja das spielen wir heute kommt noch ein richtiges tit da, bridge constructor portal, guck mal ich bin eigentlich sogar recht gut ja das spielen wir schon wieder klar ja das ist ein spiel mit bridge constructor spiele habe ich nur seit jahren nicht gespielt und die die ich mal gespielt habe die waren nicht gut das waren so sehr kacke spiele wir spielen hier gerade ja dieses spiel ich mag bridge constructor spiele portal habe ich tatsächlich noch nie gespielt deswegen seid mir nicht böse wenn ich die meisten anspielungen nicht verstehe ich verstehe ein paar anspielungen aber werden portal auch irgendwann spielen und das wird jetzt endlich für die switch auch angekündigt ich bin überlegen ob wir den rahmen ändern hätte irgendwie bock glaube ich auf dem meteodrahmen ist das der das ist der super wo ist die cam hallo da ist die cam nein ich will doch nur die cam umstellen komm wir wollen doch hier auch alles schick haben so guck mal sieht doch so ein bisschen technisch aus wie sehr schön könnte sein dass ich nebenbei im bett einschlafen habe noch ins wetken so dann wollen wir doch mal anfangen mit dem spiel ich habe keine ahnung ich mag den grafikstisch und er sieht interessant aus hallo du willst also den job als chef aufseher in apatür science vehikulären hindernis überwindung sind es dafür ist da eine andere stelle frei ja für die wissenschaft eine andere stelle frei das ist die richtige einstellung beschätzt leute die prinzipien haben solange es unsere aber ich glaube das dunkle war das richtige egal wird schon richtig sein laut protokoll bin ich dazu verpflichtet die jetzt eine testfrage zu stellen bist du bereit warte wie ist die frage wie wird die frage lauten die frage versuchte etwas lustig sagen okay ist eine lustige frage fällt ein körper langsamer wenn von unten warme luft aufsteigt probier es aus und schicken rauchzeichen aber hallo du willst also ach so ach so wer redet der chef also der da hinten sitzt ich dachte andersrum weil ich habe mich schon so gefragt hä wieso sind wir jetzt direkt der chef ok hallo jetzt schaffte aber es wohl kein hindernis verbindungs einherziger ist noch eine andere stelle jetzt fragen wir das mal ja als prüf für die verbindungslage lust auf eine stuppertour aber das ist doch mein humor ich liebe das ja für die wissenschaft die richtige einstellung beschätzen die prinzipien haben solange es unsere sind okay laut protokoll bin ich ja so gut was machst du wenn du dir das leben zitronen gibt ich mache zitronen limonade draus ich verlange vom leben dass die zitronen zurücknimmt ja hier nimmt die zitronen zurück taucht zufällig der name johnson in der abstammungslinie auf das ist deine ausseher genau die einstellung die wir hier brauchen jetzt gehen deine schreibtische machen stolz aber ich werde noch mal gerne verbrannt worden ja er gibt die zitronen zurück ja das ist unser platz also bin ich das bin ich der der jetzt überlebt hat am kuscheligsten schreibtisch sitzen und magazin lesen damit ist jetzt schluss jetzt geht's los so ist die musik was ist das denn die vorschriften des einrichtscenter erfordern dass alle auszubildenden der reihe von aufseher tichtigkeitstechnik durchlaufen sei unbesorgt während die probezeit werden wir deine gehaltschecks absolut sicher verwahren du willst nun einige testkammern durchlaufen in denen dein bauwissen deine kombinationsgaben geprüft werden bist du bereit dir deine goldenen chef aufseher hu zu verdienen wenn ich hoffe ich doch hoffe ich doch die musik ist schon schillig 1 meine erste brücke das ist doch gladys oder nicht heißt doch gladys ich glaube schon gibt es auch kuchen according to internal provisions all applicants must complete this test series for testing series tests tests before we start however please know that serious injuries may occur o ok the enrichment center is proud to announce that your family will be notified in the event of a work fatality with no additional garnishment to your wages das finde ich gut alles klar ich bin überlegen ob wir die kämmer ein bisschen hoch schieben ich glaube so ist ein bisschen besser sieht man ein bisschen mehr auch falsch so ja ist so schön so ok alle bewege den cursor ls über einen drücken im ende drücke b ls linker stick heißt das ls bei nintendo ohne zu hinterfragen ok materialien kann mit ö und ö am linken joycon ausgewählt werden ich habe kein joycon das habe ich extra am anfang auswählen müssen ok aber sind das nicht hier stützen die ich gerade baue das was jetzt ja warte bitte ja 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 Okay, noch eine Oberfläche dazubauen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mit der gerade hier zufrieden bin, wie meine Cam ist. Oh. Ich glaube, ich setze sie doch lieber runter. Entschuldigung. Meine Nase will gerade so ein bisschen nicht. So, ich glaube, ich glaube, es wird sogar noch ein bisschen besser. So, jetzt mal auch gut. Ja, guck mal. Jetzt sitzt ich jetzt hier unten in der Ecke. Wir bräuchten mal wirklich so ein Dings von uns. Wann der oberen Wagen kriegt? Baut du den in deine Fahrbahn? Okay, in eine Fahrbahn. Wir bräuchten mal einen Greenscreen. Das wäre ganz lustig. Ein Fahrzeug. Da sitzt sogar jemand drauf. Ja. Verschwenderisch ausgegeben. Testfahrzeug abgeliefert. Eins von sechs. Grenzwertig. Nächste Kammer? Nee, ich will weiterfahren. Ein Konvoi. Wir wollen ja mehrere im Ziel haben. L-S-S-Pen-Nintendo. L-S-Pen-Nintendo. X-Pen-L-S-Tick. Bei PlayStation ist L-S-L-3. Ja, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass bei Nintendo auch... Ah, stimmt. L ist ja hinten, ne? Okay. Kriege auch leicht an der Kette. Oh, nein. Hervorragend. So, dann wollen wir mal weiter, ne? Gute Besserung auf jeden Fall. Hm. Es ist viel erst trinken. Auf und ab. Nummer zwei. Willkommen in Testchamber 2. To... Ich bin voll im Kopf von Kleddus. Oh, okay. Verschieben. Wenn wir mal drücken X. Solange es bei der Verschöhnung aktiviert wird, dann kannst du das Gelenk an eine neue Position schieben. Ah. 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 Sehr gut. Jetzt bilde die Unterstützer unter. Excellent. Der erste Bruch ist bereit. Jetzt werden wir eine Fahrradentwicklung für Hördlinge. To the Exit. Oh, okay. Also, als erstes müssen wir so Dinger bauen. Und jetzt noch eine Fahrradentwicklung. Ach ja, und jetzt noch eine... Nee, hä? Ich möchte noch mal eine Fahrbahn drauf. Ähm. Ich hab's vergessen. Ah, mit A. Ah, schon. Deswegen ja die Seele durch uns verteilt. Ah, okay. Das ist auch eine schöne Idee. Ähm. Ich... Ich hab das Gefühl, das wird nicht so funktioniert, wie ich es will. Was? Äh. 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 Ich find's bis jetzt ganz lustig, muss ich sagen. Ach ja. Ich hab Angst. Äh. Äh. Was? Ich fühl mich gekränkt. Oh, shit. Oh, oh. Wollen wir ja auch alles sehr stabil lassen, ne? So. Oh, das hätte man nicht später erklärt. Okay. Äh. Ähm. Das wusste ich natürlich. Ach. Natürlich, das wusste ich doch alles. Oh, ich wollte, ich wollte dem Spiel, äh, ich wollte dem Spiel, äh, schneller als das Spiel sein. Ach, komm. Ich wusste nicht, dass wir immer noch in einem Tutorial sein müssen. Perfekt. Now send the vehicle through the portal. Don't worry. These intradimensional gates have been proven completely safe for custodial staff. Ich will aber noch nicht. Das stirbt da oben und dann bin ich wieder schuld. Ja, toll. Nein, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Your employee photo will be provided in the vehicle drivers cause of death form in the event of your failure. Oh, okay. So, jetzt darf ich weiterbauen. Oh, das ist irgendwie sehr interessant. Ähm. Okay. Nee, da ist das ja eigentlich egal, ne? Stürzt so ein bisschen, dass ich immer so einzeln da drücken muss. Okay. Ähm. Ich teste nicht. Ich fahre direkt. Okay. Da gucke mal. So, und schnell der Konvoi noch. Ist auch interessant. Eigentlich musst du ja nur ein Fahrzeug so rüberkriegen, aber wenn alles gut läuft, kannst du halt so alle rüberbringen, ne? Ja, schön. Nächste Kamera. Ich glaube, jetzt wird's, äh, verwirrend. Ne, aber jetzt wäre es schön, wenn es so heißt. Ja, und jetzt, äh. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Farbenspiele. Also ich glaube nicht, dass... ...gesagt wird, jetzt kannst du selber machen. Oh Gott, Gott. Okay. Ja, das ist das Problem gerade. Ja, das ist das Problem gerade. Äh, was? Ja, sehr schön. Warte mal, kann ich jetzt einfach bauen? Oh, das ist ja schön. Okay, ähm, kann ich hier... Wie zoome ich hier eigentlich? Oh, so zoome ich, okay. Dann schauen wir doch mal nach. So, was ist das? Nein, das war schon richtig. Ja, das ist, äh, wunderbar. Was? Nein. Okay, das ist nicht so schön. Ähm. Mhm. Ja, und sonst? Genau. So, jetzt mal ein bisschen befestigen. Super. So, dann schauen wir doch mal weiter. Gut, das kommt dann in das gelbe Portal. Und das gelbe muss... Oh, shit. Ich muss gar nicht in das gelbe. Ich muss in das blaue. Was habe ich hier gebaut? Ich Idiot. Ähm. Nee, warte mal. Nein. Ich, äh, hab hier... ... ganz großes Pudu gemacht. ... so. Jetzt aber. Okay, das kommt ins blaue und das blaue geht ins rote. Und dann hoffe ich mal, dass das so still fährt. Äh. Oh, okay. Oh. Okay. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Also, äh, ich, äh, hab hier noch Vertrauen in der ganzen Angelegenheit. So, ich hab noch mehr Angst. Warte. Wenn das hier mal noch ein bisschen halten. So. Dann würde ich sagen, äh, testen wir doch mal. Hallo. Und wir... Dann fah... Hä? Wieso kann ich das denn nicht testen? Egal. Das wird schon irgendwie klappen. Ja, es klappt. Großartig. Dann konvoyere doch mal. Oh, 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 die fahren ein bisschen dicht. Ich finde das Spiel gerade total lustig. Öööööö. Äh, diese Hupe. So. Hervorragend. Nächster. Ich könnte jetzt irgendwie so Bohnen, so geschmorte Bohnen essen. oder so da hätte ich jetzt voll bock drauf bögen sollst du mögen ja ja glaube ich auch da bin ich doch meister drin so was kann ich so ok da muss das daran daran das ist einfach nur ok das ist einfach nur ausprobieren weil wenn ich das dann sagen darf ok ja nein ich wollte das machen ok ja und jetzt dreiecksformen wollen die hier sehen da bin ich doch bestimmt meister drin im dreieck ich habe gestern übrigens einen gotzilla film geguckt ich habe gestern gotzilla im kampf gegen ne frankenstandsmunzer im kampf gegen king chidora geguckt hat immer ganz gut hat hat spaß gemacht der film so 1 klappt das denn so das so ein bisschen unbeholfen sieht das hier aus ja nur das problem ist ich habe die nächsten gotzilla filme lang leider nicht mehr deswegen da muss ich da mal schauen was ich da ist der so alternativ machen kann so ist das schon richtig dann wollen wir doch mal doch das hält also dass da hält schon mal das hält auch wir haben angst wenn er mehrere lang fahren ja schön dann schicken wir mal den konvoi los da habe ich jetzt ein bisschen angst wenn wir mehrere darüber fahren kann die brücke ein bisschen schwerer werden muss aber nicht das sieht doch ganz gut aus aber ich freue mich wenn wir einfach nichts gesagt wird so was mag ich am liebsten also einfach wenn die sagen aber mach mal die brücke so ist mag ich am liebsten so